Hey, äh, kennt ihr mich noch? Ich bin der Typ, der hier seit einem Monat nix hochgeladen hat. Ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen, wie ich habe gegen einen Löwen gekämpft und ich bin auf Bären und Elefanten um die Welt geritten und das stimmt auch alles, aber es hat andere Gründe. Ich habe in den letzten Wochen einfach unglaublich viel für Grischi Studios produziert, ich hatte andere Filmprojekte, ich habe irgendwie 6, 7 Klausuren beschrieben und das alles hat dazu geführt, dass ich einfach gar keine Zeit mehr hierfür hatte. Jetzt kommt aber die gute Nachricht. Ich bin wieder back, bitches. Vielleicht hört ihr das, aber dieses Teil ist einfach gerade unglaublich laut, aber auch das hat einen Grund. Hier, also da, wird nämlich gerade ein Video exportiert und zwar war ich vor einem Monat auf irgendwie einer der größten Reisen meines Lebens und das habe ich alles gefilmt. Ich saß tagelang und das ist nicht gelogen, ich saß tagelang an diesem Video, was gerade exportiert und dieses Video wird diesen Sonntag erscheinen. Aber wann genau diesen Sonntag, Fabian? Ich werde es exakt um 0 Uhr 0 hochladen, also von Samstag auf Sonntag um 0 Uhr. Und falls ihr jetzt noch nicht gehypt seid, hier ein kleiner Ausschnitt. Ich weiß, ich glaube, jetzt hassen mich irgendwie alle, aber ich habe gesagt, es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Also seid gespannt und schaltet diesen Sonntag. Scheiße, ich muss die Pizza aus dem Ofen holen. Ich weiß, ich schomoche nichtge danke. Ich weiß, ich habe auch nach 12 Š상을. Ich weiß, was ich überhaupt nicht ganz gutkam, Emmi? Bis zum nächsten Mal.